Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspielfreunde zu Beinos G2 Shadows of Am. Ja, bevor uns das Rauschen hier verrückt macht. Wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir endlich mit der Hauptstory weitermachen können. Äh, noch Datum. Genau. Game Bates Honorar ist die Hauptquest. Die Jagd auf Valiga Cortala. Das ist die Quest, die wir noch offen haben. Da gehört auch das Treffen mit Tolgaris, dem verhüllten Magier dazu. Äh, Datum kann Gags Körper wiederherstellen. Das schieben wir ganz weit hinten an. Ja, fehlt nur noch, äh, Rhaelis und Herr Dalis, gefangen zwischen den Ebenen. Da sind wir gerade. Und ja, wir gehen mal durch das Portal, wo das, damit uns das Rauschen nicht weiter nervt. Den Sicherheitssafe haben wir ja, dadurch, dass ich am Ende der letzten Aufnahmesession gespeichert habe. Und ja, hier geht's jetzt gleich richtig zur Sache. Abel, hört zu, kleiner Wurm. Ich will jetzt sofort wissen, wie ihr euer Halsband abbekommen habt. Und ihr werdet sehen, dass es nicht, dass es noch viel schlimmere Dinge gibt, als ein Sklave zu sein. Nein, nein, es ist mir egal, was ihr sagt. Ich werde kein Sklave mehr sein. Nun, wenn das ist, wenn das die Art ist, wie? Tal, halt, noch mehr sind durchs Portal gekommen. Was? Noch mehr? Ah, die Materie. Wied um von euch euren Schauspielfreunden hier zu folgen. Von Yves, bitte schließt das Portal. Hey, habt ihr überhaupt einen blassen Schimmer, wo ihr seid, Materie? Das ist egal, ich bin hierher, um meine Freundin zu retten. Ich gehe davon aus, dass ich natürlich auf einer anderen Ebene bin. Ich werde daran denken, euch zu fragen, wenn ihr blutend und meine Schwertspitze euch kitzelt, Dummkopf. Eigentlich nicht, ich kam nur vorbei, um mir die Sehenswürdigkeiten anzuschauen, wirklich. Ich bin auf einer anderen Ebene, oder? Oh ja, ihr seid sehr scharfsehig, Materie. Ich fürchte, es ist viel, viel schlimmer als das. Also ja, er nennt uns Materie, weil wir von der materiellen Ebene kommen. Also der Ebene der Lebenden und das... Ja, die Ebene, wo eigentlich das lustige Zeug abgeht. Dieser Ort ist eines der besten Gefängnisse in den Ebenen. Hier gibt es keinen Weg hinaus, außer wer es die lautet des Kambion will. Wir haben schon Kambions getötet. Was für Narren müsste es sein, dass ihr aus feinen Stücken hierher kommt? Egal, ich rechne damit, dass ihr als neue Sklaven einen hohen Preis bringen werdet. Jäger legt ihr Fesseln an. Die Höhle führt nach unten und scheint leicht zu pulsieren. Es wirkt beinahe also so, als würde sie atmen. Der unsichtbare Kopfgeldjäger jedoch macht keinen Spaß. Der einfach mal Airyward hittet. Warum gehen wir nicht hin und witzeln? Ja, und das Schwert, das labert. Ja, überspringen wir das Ganze mal. Und da ist ja hier gestorben. Okay. Wir müssen uns ein bisschen buffen, bevor wir hier reingehen. Habe ich so das Gefühl? Ich war einst eine Mondlinge, müsst ihr wissen. Mh, mh. So. So. bafs gut gucken wir mal ob das jetzt besser klappt so alles durch klickern der hat immer auf eri abgesehen das ist nicht so schön wisst ihr mein früherer besitzer sagte immer ich sei scharf wie nach was lumpi ich helfe wo immer ich kann die dienerin der natur ist bereit ich warte keine große habe ich mit eri eigentlich keine steile und fällt mir gerade so oft was kann ich tun die natura ich war schon erledigt meine waffe hat keine wirkung meine waffe hat keine wirkung und nicht mal eine waffe so das was mit dir du hast du recht recht stark gekauft geht die doch keinem gnom was tun oder nicht so lange du uns nichts zu ist ich danke euch meine fürste für eure zeitige rettung ich muss allerdings sagen dass sie wohl nicht sehr viel zeit darauf verwenden habe zu überlegen was ich machen würde wenn ich mein halsband los wäre das war wahrscheinlich dumm von mir aber ich bin lieber tot als auf ewig vom kambium versklavt zu werden es muss nur ein weg hier raus geben was meine mit eurem halsband der wächter hätte eine große anzahl an sklaven gefangene die durch ein magisches halsband das sie tragen und dass die kontrolle über sie hat in leib eigene verwandelt wurden es ist fast unmöglich ist zu entfernen meins hatte einen kleinen fehler und ich konnte mich vor kurzem daraus befreien aber nur um wieder feststellen zu müssen dass ich hier nirgendwo hingehen konnte und dass in jedem der gänge gefahren lauern was war dieser campion den ihr erwähnt habt der campion der campion ist der wächter dieses gefängnisses ich kenne seinen richtigen namen nicht aber er ist ein grausamer bösartiger herr und meister der sich am leiden seiner leib eignen ergötzt auch ist ein mächtiger dämon ihr mögt ja seine kopfkinder besiegt haben aber ich würde versuchen hier rauszukommen und ihm vollständig zu entgehen ihr sagt es gäbe kein weg hier raus das ist doch sicherlich richtig wisst ihr woher da ist und seine truppe wo ich ja da ist und seine truppe finden kann jetzt ein freund der schauspieler aber da könnt ihr gleich auch gleich anfangen um sie zu trauen wird daher sie sind in der zelt des werters erwarten ihren abtransport zum turme von herzog rovan so viel ich weiß der fächter befindet sich genau nördlich von hier durch den gang aber ich würde euch davon abraten diesen weg entlang zu gehen ihr werdet markierungen finden die tanari mit ihrer magie hinterlassen haben portal durch in die anderen räume des gefängnisses befördern die die sich in die die sich in dem nach norden führenden gang befinden sind nicht zu umgehen und führen zu den baracken in denen der wächter seine persönlichen soldaten und leib eigenen hält ein wirklich sehr gefährlicher weg es gibt noch einen anderen weg um zum wächter zu gelangen ein sicherer weg vielleicht der sowohl eurem als auch als der wächter auf meinem zweck dienlich ist darf ich euch davon berichten und gut ich höre zu der wächter ist an sich schon mächtig ja aber er wird zusätzlich nur von vielen leibbeignen beschützt die über das halsband unter seiner kontrolle stehen der nach außen verlaufende gang führt zur kammer des meisters der leibbeignen ein weniger bedeutender tanari der ein gerät besitzt dass sie mir die kontrolle über die halsbänder verleiht zerstört dieses gerät die leibende eigenen sind frei der wächter ist verwundbar und ich werde in der lage sein meine frisch befreiten freunde zu kontaktieren einige von ihnen sind magier die uns von hier weg teleportieren können weiterhin können die portale in die stockwerke richtung osten umgangen werden sie führen so weit ich weiß nur in andere zellen und sind voll von unwichtigen aber wilden kreaturen ich würde diese möglichkeit nicht anbieten meine fürste ich würde ich nicht glauben dass ihr gegen den wächter selber eine chance hätte mir fällt wirklich keine weitere möglichkeit ein wie auch nur einer von uns diesen ort verlassen könnte warum befreie ich nicht einfach eure leibbeignen und lasse uns von hier weg teleportieren warum muss ich den wächter bekämpfen in dieses in diesem gefängnis befinden sich viele alte und mächtige magier wir würden zwar schnell von hier weg kommen aber die magie des gefängnisses würde uns aufspüren und der wächter würde sehr schnell mächtige jäger auf uns setzen die magie des gefängnisses stirbt jedoch so weit der wächter stirbt das ist die einzige möglichkeit ich werde den meister der leibbeignen ausspüren und tun was ihr vorgeschlagen habt keine chance ich werde hier schon irgendwie alleine raus hin ich werde ganz sicher nicht den worten eines verzweifelten sklaven trauen ihr könnt mir ihr könnt mir eine falle stellen gut ich werde es tun großartig meine fürstin das vergisst mir heute wahrlich dass mit euch die chance für eine wirkliche flucht durch diese verbindung gekommen ist ich wünsche euch jeden erdenklichen erfolg sind alles am helden ihr wo und ich haben es der und waldläufer auf der ganzen welt froh locket ja reales und her da alles im dimensions gefängnis genau ich habe tag jetzt also muss ich von unten nach oben lesen oder in welcher reihenfolge macht das am meisten sinn das portal habe ich offenbar in eine art seltsames gefängnis in einer anderen dimension gebracht die dallas und die schauspieler truppe sind nirgendwo zu sehen aber ich habe die kopfkrieg jäger gestellt und einen gnome namens tagget gefunden der offenbar auch hier gefangen war aber entkommen konnte tagget hat mich darüber informiert dass der hüter dieses gefängnisses sklaven hat die mittels magischer heizbänder kontrolliert werden ich werde sehr vorsichtig sein wenn ich auf diese heizbänder stoße ja gefangen zwischen den ebenen ja da ist die schauspieler truppe sind in 10 eingekerkert die sich direkt nördlich vor dem raum befinden wo ich aufgetaucht bin doch befindet sich auch der hüter des gefängnisses tagget hat mich jedoch ermahnt äußerst vorsichtig zu sein in einiger dagegen befinden sich magische zeichen die einen an andere ort im gefängnis teleportieren wenn man sie überquert wenn ich direkt nach nord spazieren werden mich die magischen zeichen in einen raum teleportieren indem es nur sofort truppen des wächters wimmelt ja das könnten wir trotzdem ausprobieren ich habe tagget alternativen plan akzeptiert der uns vielleicht eine möglichkeit beschert von hier zu entfliehen ich soll nach osten gehen wo sich der meister der sklaven befindet und seine kugel der herrschaft zerstören mit hilfe dieses gerätes werden die sklaven über ihre heizbänder kontrolliert wer der gehüter des gefängnisses nicht mehr durch seine sklaven geschützt ist kann er wesentlich leichter besiegt werden erscheint auch notwendig zu sein weil der hüter sonst die verfolgung von jedem aufnimmt der aus dem gefängnis entflieht das würde auch uns betreffen gut gucken wir erstmal was sie hier haben ist das der todes zauber und das da ist kitten blitz den habe ich bereits der behälter ist voll wo beide würde ich gern aufheben und benutzen warte ich hab ach das ist grad sechs todes zauber die opfer des zauberst können weder durch tote wecken noch aufwarscht und wiederbelebt werden die einzige möglichkeit sich zurückzuholen ist ein wunsch wesen mit mehr als acht trefferwünfe sind gegen diesen zauber immun die einzige ausnahmestellen beschworene wesen da die automatisch getötet werden habe ich irgendwas auf stufe 6 von dem ich mich gern trennen würde ich kann doch nicht mal was auf stufe 6 momente sind magier zauber ja lindwurm ruf das ist tödlicher nebel da ist der kugel blitz ja auflösung würde ich gern austilgen weil todes zauber ist mächtig ja abwehr armbänder schild umhang